Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf Panna zu den Skins mit 200€ in der Balance. Wir haben noch Prämien, also gehen wir rein in den Prämienbereich, wer Prämien kennt. 100 Äpfel täglich, Kisten sind 2% günstiger, 9% auf dem Double-Raw und noch ein paar andere Benefits, sowie jeden Tag ein Promo-Code. Wie immer stehen in der Videobeschreibung zwei Promo-Codes, die könnt ihr kostenlos einlösen. Dann geht ihr oben auf Bonus, dann auf Promo-Skin und gibt die beiden Codes hier nacheinander ein. Ich hoffe natürlich, ihr bekommt Any Covered unter jedem Video wie immer zwei Codes. Ich gebe die beiden Codes in der Videobeschreibung auch mal ein, das wäre einmal folgender, einfach rauskopieren und dann hier einfügen. Einer hat ja schon mal, was ich gehört habe, aus meiner Community Any Covered gezogen, was dann ein Deal war für 20€. Das lag hatte ich leider hier noch nicht. Komm, jetzt aber. Any Covered, könnte ich mir jetzt zuschicken. Darüber hat er nämlich die 20€ Deal bekommen, wenn ich es jetzt verkaufe, 3€. Ja, komm, wir verkaufen es trotzdem, weil wir wollen Kisten öffnen. Aber ihr könnt euch das zuschicken, da wird dann wahrscheinlich theoretisch ein Skin sein, der höher als 3€ ist. Aber wir gehen hier auf die 5, wie immer, Daily Card, könnt ihr auch einmal am Tag öffnen. Och, gib mir doch einfach mal das Messer hier. Ja. Leider eins daneben getippt. Wir gehen einfach mal rein, verkaufen das alles anstatt, nämlich clean rein mit 203,76€. Es ist immer noch das Warm Spring Event, sprich, wenn ihr diese Kisten hier öffnet und Geld aufladet, bekommt ihr diese Flowers dazu. Und wie immer Geld aufladen könnt ihr mit allem möglichen Verschienen, mit allem möglichen Paypal, Mastercard, Visa Card, über Kinguin, PaySafe Card und alles, was Kinguin auch noch anbietet. Wie Sofortüberweisung etc. PP, also alles dabei. Wir gehen rein in die Dockhouse Case, um nochmal ein paar Flowers zu farmen, aber ich glaube, wir müssen immer noch auf Platz 1 sein. Komm, wir gehen rein. Hoffentlich heute mal die 10%. Direkt mal das Talonife zum Start, dann weiß ich auf jeden Fall, wir werden heute mit Profito Morito nach Hause gehen. Ist da schon was her? Dass wir das letzte Mal... Okay, ist zu schnell. Profito Morito hatten. Boah, der macht die Bremse da vorne. Der slidet nicht rüber. Ja, okay, das ist ja normal bei dem Pferd. Was habe ich mir dabei gedacht? Gucken wir mal ins Event rein. Also ihr könnt den einmal würfeln, kriegt dann jeweils den Skin, wo ihr drauf landet. Aber es gibt natürlich auch die Sot Machine, wo ich immer reingehe. Einmal haben wir die 777 hier gehittet mit einem, ich glaube, 280€. Knapp über 180€ Knife. Und Toplist sind wir auf Platz 1. Sprich, wenn ihr auf einem dieser Plätze seid, in den nächsten, von Aufnahmezeitpunkt 12 Tagen. Ihr werdet das ein bisschen später sehen, weil ich produziere gerade vor viel Urlaub. Da kriegt er denn jeweils den Skin, um auf Platz 30 zu kommen, bräuchte ihr 5000 dieser Flowers. Ähm... Ja, ich weiß gerade nicht. Gehen wir nochmal... Ja, komm, wir gehen einfach in die Sharkcase rein. Ich meine, irgendwann werden wir hier hoffentlich mal die Dranglor sehen. Genauso wie wir irgendwann bei Daily Card bei der 5 das Top-Item sehen werden. Die ist bisher noch nicht eingetroffen. Aber... Niemals... Aufgeben, ne? Never give up. Äh... Ich meine, so ein Niedrisal hatte ich schon ein paar Mal hier auf der Seite. Leider nicht in der Sharkcase. Okay, das ist schlecht. Ist auch ein High-Ticket des Todes. Ähm... Ja. Wir gehen rein. Ich würde sagen... Schwierig, schwierig, schwierig. Wir gehen einmal rein in die... Ah... Würde ich in die Money-Ear-Case reingehen? Ah... Ich würde... Geben wir einmal in meine Case rein. Haben wir schon länger nicht mehr geöffnet. Ich habe hier eine eigene Case. Geben wir einfach mal rein. Zack. Und... Ähm... Ja. Gönn doch einfach mal. Mein Name steht dran. Ich habe hier bisher noch nie richtig reingelackt in meinen eigenen Case, ne? Deswegen, heute ist der Tag der Tage, wo wir jetzt reinlacken werden. Komm schon. Gönn doch einfach. Das ist Survival Night Fabric. Momentan spiele ich sehr gerne. Sehr schön. Bleib bei der Prince-Dream. Nein. Okay, das läuft gerade ein bisschen rückwärts. Ein Euro. Ah. Ah. Okay, das läuft miserabend. Wir gehen rein in die Panda-Case. Die könnten uns jetzt den Arsch retten. Oder auch nicht. Wir gehen rein. Komm. Ich glaube, wir werden All-In-Skin-Dies heute gehen müssen. Aber heute sind wir nämlich nicht bei 140 Euro wie im letzten Video. Und das letzte Profit-Video ist auch schon so drei, vier Videos her, ne? Also momentan ein bisschen... Geh aufs Lore. Geh aufs Lore, bitte. Geh aufs Lore. Du Hund. Du Hund. Es war aber auch das High-Ticket des Todes. Ich hatte kurz die Hoffnung, ne? Das Lore hier für die 400, ne? In Battles card. Ah. Ja. Äh. 20 haben wir noch. Wir gehen rein. 20,07 Euro. Ja. Die Squirtle-Case machen wir. Bam. Jetzt das Hans-Mann-Knife-Law. Komm schon. Das wäre lecker. Dann wären wir auch ein Profit. Damit wären wir nicht ein Profit. Also wir werden nur einen Skin hier. 0,217% Chance auf Profit. Das sieht nicht nach Profit aus. Also Profit overall. In der Case ist natürlich ein bisschen mehr Profit als 0,21%. 2 Euro. Aua. Wie will ich nachgucken, wo ich gelandet bin? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wir gehen nochmal rein in das Event hier. Wir können hier nochmal in die Slot-Maschinen reingehen. Wenn wir jetzt die 777 mitten, dann wären wir nochmal gut dabei. Aber wir bauen noch ein bisschen Vorstand, den Abstand zum zweiten Platz aus. Aber das ist natürlich... Tut ein bisschen weh. Mache lieber nicht wieder. Komm schon. Gönn ihr mir ein Skin. Bitte. Ich glaube wir sind nicht heute 50 Euro. Aha Mann. Da fehlt ja nur eine 7. Ist das eine Scheiße. Ist das eine Scheiße. Ja. Ja. Und letzter Roll. Ja. Aber immerhin den Platz ein wenig ausgebaut. Ach. Also. Also das ist schon... 200 Euro 24 Euro gemacht. Okay. Skin da ist. Wir müssen hier mal ein bisschen die Ball. Selbst 20% wäre... Komm schon. Oh. So close auch noch. Hätte ich auf... 25% hätten wir es gehabt. Und dann hätte ich nochmal auf 50 gehen können. Aber. Ja. Besatz mit X. War nix. War wieder ein Video mit Janix nach Hause. Also ich weiß auch nicht. In letzter Zeit habe ich hier echt nicht das größte Lack. Aber wenn ihr selbst processen wollt. Denkt auf jeden Fall an die beiden Promocodes. In der Videobeschreibung komplett for free. Hier könnt ihr alle so über Bonus Promos gehen. Und wenn ihr jetzt entscheidet Geld aufzuladen. Und hoffentlich dann mehr Glück habt als ich. Könnt ihr das hier über die ganzen verschiedenen Bezahlmöglichkeiten machen. Damit vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich in einem anderen Video. Haut rein und ciao ciao.